Hebe nun den linken Arm nach oben und lege die Hand zwischen die Schulterblätter. Lege die rechte Hand an den linken Ellenbogen und zieh mit ihr den linken Arm zur Mitte und nach hinten. Beweg dich einige Male hin und her. Spüre, wo du dich aus den Verspannungen heraus dienen kannst. Zieh eventuell auch den linken Arm noch ein wenig mehr nach hinten. Verweile immer mal wieder einen Moment und schaff dir Raum in der Flanke. und in der Achsel. Atme tief und ruhig, erschaff dir so von innen heraus Raum, um dich sanft und nachdrücklich aus den Verkürzungen der Muskulatur herauszudehnen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!